Lecker Pferde-Äpfel? Leckeres! Wow! Krass! Erde! Ein bisschen Blätter. Das ist alles vom Schredderplatz aus Laudenbach. Die Masse sind das jetzt? Es ist jetzt ein Meter. Wir haben hier die Ecke. Und das heißt, ich muss hier so einen Schnitt reinschneiden. Das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Nicht mit Erde auffüllen. Wir haben Blumenerde. Wir kommen aber auch da hinten mit den Schokalen. Nehmen wir mal. Die Erde holen mit den Schokalen. So, oder? So, fertig. Also da kommen dann die Pflanzen rein. Wir müssen es jetzt noch ein bisschen wässern. Nachgetane Arbeit. Marcel kann nicht mehr. Ich bin fix und alle. Fix und alle. Und du hast Sonnenbrand. Das sieht man richtig gut jetzt. Ich muss auf jeden Fall den Sparten wieder mischieren. Zweite Runde geht jetzt noch. Wir müssen in die Stadt gehen. War das jetzt ironisch gemeint? Ich bin auch kaum erschöpft. Ich bin auch kaum erschöpft. Okay, Steffi? Steffi, was machst du heute noch? Genug Kraft noch für irgendwas? Ich krieg noch Besuch. Du kriegst, oh. Du musst dich nicht bewegen, oder? Du musst dich noch kommunizieren und sowas. Kommunizieren? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich kriege mein Bett. Natalie! Ja? Was machst du jetzt danach noch? Gärtner! Ja, ich habe mir meine Schaufel mitgenommen. Ich gärtner daheim weiter. Heute noch? Heute nicht mehr, aber morgen. Was ich heute noch mache? Ja? Duschen. Trinken. Trinken? Was? Mein Flüssigkeitsdifft. Du bist ein bisschen rot im Gesicht. Ja, so ein bisschen. Eine Aftersun-Maske auflegen. Machen wir alle. Selbst gemacht. Kannst du gleich ausmachen. So. Du musst jetzt noch irgendwas Nettes sagen. Ich bin baff. Ich bin ehrlich baff. Und ich warte jetzt schon auf die Erntezeit. Weil dann kann ich alles probieren. Alles aufessen. Du musst dann nicht mehr zum Dippe-Cooker. Genau, ich brauche nicht mehr zum Dippe-Cooker. Wir machen alles selber. Salat, Suppe. Ja. Guter. Ja. Da wird kannst du deine Beine. Untertitelung des ZDF, 2020